So, Freunde, einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Je nachdem wann ihr dieses Video guckt, wir haben ihn getestet. Den neuen Battle Royale Modus Plunderstorm in World of Warcraft. Da ich ja in den letzten Videos auch gesagt habe, ich werde ein Review dazu abgeben, verbinde ich das gleich mit einem ultimativen Guide für diesen Modus, wie ihr die Wins holt, was die Fähigkeiten machen, welche Fähigkeiten es gibt, was für Utilities es gibt, wie ihr am schnellsten auf die Max-Level-Stufe kommt. Aber wir fangen erstmal am Anfang an. Was passiert, wenn ihr im Duo- oder im Solo-Match in diesen Game-Modus startet? Das Erste, was passiert, ihr landet halt in so einer Lobby, wo ihr schon einige Sachen, eure Auto-Attacks bzw. eure Melee-Attacks und einige Fähigkeiten finden und ausprobieren könnt. Da sind eigentlich alle Items, die es im Spiel gibt, findet ihr auch in der Lobby mit unter ein, zwei Gegner. Ihr habt auch da die Möglichkeit, so ein bisschen PvP gegen die anderen in der Lobby zu machen, ohne dass es dafür irgendwelche Konsequenzen gibt. Aber das reicht, um sich schon mal vorzubereiten, zu gucken, wie sehen die Kisten aus, wonach muss ich Ausschau halten und so weiter. Dann startet ein Timer und ihr werdet mit einer Kanone abgeschossen. Das heißt, ihr startet die Runde auf einem Papagei und schwebt so ganz weit oben über der Map auf einem Random-Spawn-Punkt und habt dann die Möglichkeit, euch einen Spot auszusuchen. Wichtig dabei ist zu bedenken, diese Papageien lassen sich sehr, sehr schwer steuern. Es ist sehr, sehr mühselig, also irgendwie vielleicht gewisse Ziele anzupeilen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr schnell mit den Papageien runterkommt zum nächstgelegenen Spot. Denn sobald die Runde startet, seid ihr zeitlich natürlich in Konkurrenz mit allen anderen Spielern. Das heißt, während ihr andere Spieler jagt, Fähigkeiten sammelt, NPCs dort tötet, um XP zu sammeln, um Plunder zu sammeln, levelt ihr euren Charakter jedes Mal in einer neuen Runde erneut von Level 1 bis Level 10. 10 ist das maximale Level. Jedes Mal, wenn ihr ein Level aufsteigt, werdet ihr stärker. Auch eure Fähigkeiten werden stärker. Beispiel kann ich geben, meine erste, beziehungsweise meine zweite Runde, die ich im Solo gespielt habe, habe ich den zweiten Platz gemacht. Ich hatte die besseren Fähigkeiten. Allerdings war der halt auch zwei Level über mir. Das heißt, seine Fähigkeiten haben extra hart gehittet. Und nach ein paar Fights, die ich mit ihm hatte, hat er mich dann letztendlich ausgenockt und hat sich den verdienten Win geholt. Also ihr geht in die Runde rein, versucht runterzugehen an den nächstgelegenen Punkt. Fangt an dort am besten gleich auf einen Elite-Gegner zu landen. Denn euer Papagei macht bei der Landung Schaden. Und ihr killt, denn zum Beispiel, wenn ihr auf dem Elite landet, dann ist der sofort tot. Denn Elite-Gegner lassen zu 100% eine magische Fähigkeit. Das heißt, eine offensive oder defensive Fähigkeit fallen. Insgesamt gibt es vier magische Fähigkeiten. Davon sind zwei offensiv, zwei defensiv. Dann gibt es noch eine Utility-Fähigkeit und zwei Standard-Fähigkeiten. Zum einen der Melee-Attack, den ihr machen könnt. Der hat ungefähr so fünf Meter Range. Und den müsst ihr auch zielgenau treffen. Plus alle 30 Sekunden habt ihr die Möglichkeit, euch selbst zu heilen. Den Heel, den man hat, ist ein Getränk, den man ungefähr vergleichen kann mit dem Bandage vom Survival Hunter, wie wir ihn aus Retail kennen. Das heißt, ihr könnt euch zwar bewegen und ihr reckt, während ihr das kanalisiert, eine große Anzahl von eurem Leben. Allerdings, sobald ihr Schaden bekommt oder einen Doppelsprung beispielsweise macht, dann bricht dieser Heel ab. Also bitte darauf achten, dass wenn ihr euch heilt, dass ihr das so macht, dass keiner euch hitten kann, beziehungsweise unterbrechen kann. Oder ihr nicht versehentlich einen Doppelsprung macht, um vielleicht irgendwie einen Berg hochzukommen oder eine Fähigkeit zu dodgen oder ähnliches. Dann bricht das ebenfalls ab. Es gibt mehrere Arten von Kisten. Magische Kisten und Vorratskisten. Die Vorratskisten haben immer eine Utility-Fähigkeit. Die magischen Kisten immer eine offensive oder defensive Fähigkeit. Die Größe der Kiste bestimmt letztendlich auch die Qualität der Speights, beziehungsweise der magischen Fähigkeiten, die ihr dann bekommt. Es sind vereinzelnd auf der Karte auch epische Kisten verteilt. Die haben so einen lilanen Schimmer oder so eine Leuchtsäule, könnte man fast sagen. Die haben immer eine epische Fähigkeit drin. Ja, und was macht ihr dann die ganze Zeit? Ihr ekloppt Mobs, vorzugsweise Elite, um eure Fähigkeiten hochzuleveln. Es gibt dort sehr viele AOE-Fähigkeiten, die schon in ihrer kleinsten Form normale Gegner, beziehungsweise fast sogar schon Elite-Gegner, je nachdem wie hoch euer Level auch ist, one-shotten. Das heißt, man kann früh anfangen, vielleicht dann eine nicht so gute Fähigkeit zu nehmen, die aber einen großen AOE-Schaden macht und sehr, sehr schnell levelt, indem ihr mehrere Mobs pullt und die dann halt mit einer Fähigkeit halt kurz mal umhaut und dann im besten Fall ein bis zwei Level gleich aufsteigt. In den kleineren Level-Bereichen ist das noch möglich, weil Leveln ist am Ende gepaart mit der Stärke der Fähigkeiten der Weg zum Sieg. Das heißt, wer schnell levelt und seine Fähigkeiten schnell upgradet, der wird am Ende halt auch die Runde machen. Aber ein kleiner Teil bleibt natürlich noch offen in der Frage, wie geht ihr mit euren Spells rum, wie dodgt ihr gegnerische Fähigkeiten, wie stunt ihr Gegner, um sie dann halt mit einer großen Ability dann halt auch zu töten. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, wir springen hier gleich rein. Ihr seht es schon im Hintergrund. Ich habe hier die offensiven Spells drin und wir gucken uns mal an, was gibt es für Möglichkeiten, wie funktionieren diese? Die erste Fähigkeit ist Erdbrecher. Erdbrecher hat eine Reichweite von zwölf Metern, beziehungsweise ist ein Radius, eine kreisrunde Form um euch herum. Diese hat zwei Sekunden Cast-Zeit und eine Abklingzeit von 18 Sekunden. Erdbrecher macht sehr guten Schaden und knockt die Gegner hoch, wodurch sie halt betäubt werden. Umso höher ihr sie upgradet, umso weniger Abklingzeit hat die Fähigkeit. Dann kommen wir zur nächsten Fähigkeit, Feuerwirbel. Feuerwirbel erzeugt ein Feuertornado um euch rum. Ihr wirkt diesen Feuerwirbel in einer Sekunde, dann geht der los und ihr rennt dann vorwärts in erhöhter Geschwindigkeit und erzeugt AOE-Schaden. Das heißt, ihr müsst dann in euren Gegnern drinstehen und diese Fähigkeit tickt dann im halben, beziehungsweise Sekundentakt das Leben von euren Gegnern runter. Später, wenn ihr das dann halt auf episch upgradet habt, habt ihr auch zwölf Sekunden Abklingzeit. Aber es macht extrem viel Schaden und ich würde schon sagen, das ist die stärkste Fähigkeit in Game, aber zur Tierlist kommen wir später. Dann gibt es noch Heiliger Schild. Heiliger Schild hat eine Sekunde Cast-Zeit. Damit schleudert ihr so ein Schild oder so ein Diskus, könnte man schon fast sagen, in die Richtung, in die ihr schaut. Der hat eine relativ hohe Reichweite. Sobald ihr die Scheibe losschmeißt, habt ihr die Möglichkeit, die Taste nochmal zu drücken und eine große AOE-Explosion zu erzeugen, an der Stelle, wo sich das Schild dann gerade befindet. Auch hier wird, je höher die Fähigkeit ist, beziehungsweise je höher ihr die Fähigkeit upgradet, geht hier die Abklingzeit runter bis auf acht Sekunden. Dann gibt es Manasphäre. Manasphäre ist wieder ein Kanalisieren-Spec, beziehungsweise funktioniert so ähnlich wie die Drachenfähigkeiten. Das heißt, ihr haltet die Taste gedrückt und die lädt sich auf. Dabei ist es aber wichtig zu beachten, das Aufladen erhöht nicht den Schaden, die diese Sphäre macht, sondern die Größe. Das heißt, ihr könnt sofort die Taste drücken und schießt eine kleine Kugel von euch weg in die Blickrichtung, in die ihr guckt. Und ihr müsst den Gegner natürlich dann damit treffen. Macht auch relativ großen Schaden. Das Gute ist, umso länger ihr diese Fähigkeit kanadisiert, desto größer wird die Kugel und desto höher ist die Chance, dass ihr den Gegner halt auch auf höhere Entfernung trefft. Dann gibt es die Fähigkeit Raurei-Pfeil. Raurei-Pfeil ist die einzige Ability, die ihr per Target-System benutzen könnt. Das heißt, ihr nehmt einen Gegner ins Target, drückt diese Taste und schießt dann einen Single-Target-Pfeil direkt auf den Gegner, der nicht verfehlen kann. Macht aber nicht so großen Schaden. Bedeutet, ihr habt eine relativ kleine Abklingzeit von vier Sekunden auf dem epischen Level und habt natürlich die Möglichkeit, wenn ihr ein Duell auf Range ausführt, den Gegner gut zu hitten. Dann kommen wir zum ersten Melee-Attack. Das ist Sengende Axt, ist auch wieder eine Fähigkeit, die man casten muss. Hier steht zwar drin, dass die sofort gewirkt wird, aber das ist eine Fähigkeit, die ihr casten müsst. Bedeutet, ihr drückt diese Taste und die macht vor euch in so einem kegelförmigen Bereich ein AOE-Smash. Auch gut, um Mobs damit zu killen, aber auch macht sehr, sehr viel Schaden, desto höher euer Level ist und desto höher die Fähigkeit am Ende ist. Denn diese hat nur sechs Sekunden Abklingzeit. Dann gibt es noch einen Melee-Aoe-Attack, der zwar eine kurze Reichweite um euch rum hat, aber diese Fähigkeit kann kanalisiert werden. Wenn ihr die einfach nur klickt, dann chargt ihr so vielleicht fünf, vielleicht zehn Meter nach vorne. Und während ihr nach vorne chargt, dreht ihr euch quasi um 360 Grad. Umso länger ihr die Fähigkeit kanalisiert, desto weiter chargt ihr an euren Gegner ran. Ihr müsst aber auch zielen mit dieser Fähigkeit. Tatsächlich ist so der Anwendungsbereich, ich glaube, ich habe die Fähigkeit am meisten benutzt, um von Gegnern wegzukommen. Oder vielleicht auch hinterher zu laufen, um sie dann mit anderen Fähigkeiten zu töten. Hat aber auch eine Abklingzeit von sechs Sekunden auf epischem Level. Dann kommen wir zur Sternenbombe. Sternenbombe ist eine riesige Voidsphäre, die ihr vor euch platziertet. Das heißt, die hat wieder einen kreisrunden Radius, aber nicht wie beim Erdbrecher um euch rum, sondern ihr platziert die so vor euch. Gegner haben aber die Möglichkeit, da rauszulaufen. Ihr castet diese Sphäre in 2,25 Sekunden und dann explodiert diese Bombe und zieht Gegner in den Kern, also in die Mitte von dieser Explosion hinein. Macht sehr, sehr viel Schaden. Ja, wenn die Gegner rauslaufen können, ist blöd. Daher guckt am besten, dass ihr irgendwie einen Stun oder eine Slow-Fähigkeit habt, dass die Gegner dann nicht rauslaufen können. Kommen wir zum nächsten, das ist Sturmeichon. Sturmeichon funktioniert ähnlich wie die Mana-Sphäre. Das heißt, ihr habt so eine lineare, von euch wegführende Route, die relativ eng ist. Das heißt, ihr müsst gut aimen mit dieser Fähigkeit. Sturmeichon wird nicht kanalisiert, sondern hier steht zwar sofort drin, das ist aber nicht richtig. Das heißt, wenn ihr Sturmeichon drückt, dann habt ihr so eine kleine Cast-Zeit. Ich weiß nicht, ob das ganz eine Sekunde ist oder vielleicht auch weniger, aber es gibt eine Cast-Zeit. Dann wird es erst gewirkt. Ihr habt so eine kleinere Hitbox mit dieser Fähigkeit, aber man kann die Fähigkeit dreimal hintereinander wirken. Das heißt, das erste Mal, wenn ihr die schießt, kommt dann so ein Erdpfad, der sich vor euch dann auftut, der Schaden macht. Dann drückt ihr die Fähigkeit nochmal, ihr castet wieder eine knappe Sekunde. Dann kommen Blitze vor euch geschossen und dann macht ihr das Ganze nochmal. Dann spawnt also Feuer vor euch. Ihr müsst die aimen, habt eine kleine Cast-Zeit, aber wie gesagt, dreimal hintereinander. Dann gibt es noch giftige Schollenschelle. Die Fähigkeit funktioniert ähnlich wie sengende Axt. Das heißt, ihr macht Schaden so im kegelförmigen Bereich vor euch. Macht aber keinen Initialschaden, sondern ihr vergiftet damit den Gegner. Die kriegen dann einen Gift-Dot, der über Zeit Schaden macht. Wenn ihr die Fähigkeit dann nochmal wirkt und einen Gegner trefft, der bereits vergiftet ist, macht ihr nochmal einen zusätzlichen Bonus-Schaden. Diese Fähigkeit lässt sich auf vier Sekunden runter upgraden. Hört sich irgendwie komisch an. Wichtig nochmal zu den offensiven Spades gesagt. Allgemein, jedes Mal, wenn ihr eine von den Fähigkeiten wirkt, egal ob kanalisieren oder ankasten, werdet ihr geslowt. Das müsst ihr bitte beachten. Die einzige Ausnahme bietet Feuerwirbel. Wobei halt Feuerwirbel euch ja auch noch Movement-Speed hinzugebt. Kommen wir nun zu den Utility-Spades, die natürlich einerseits defensiv sind, können aber auch offensiv sein und eine gute Ergänzung bieten zu dem, was ihr an Spades für offensive Fähigkeiten bekommt. Wir starten mit explosive Krähenfüße. Diese Fähigkeit ist eher eine Moveability für euch. Wenn ihr diese Fähigkeit drückt, springt ihr sofort zurück und hinterlasst halt an der Stelle, wo ihr gewesen seid, eine kreisrunde Fläche, die den Gegner slowt, sobald er da durchläuft oder drin steht. Dann haben wir in die Schatten verschwinden. Und damit eine der stärksten defensiven Fähigkeiten in diesem Modus. Funktioniert ein bisschen wie Vanish beim Rogue. Ihr drückt diese Taste, die löst auch instant aus und ihr blinzelt 20 Meter in eure Blickrichtung und werdet dann unsichtbar für ein paar Sekunden. Die Unsichtbarkeit läuft dann nach einer Zeit wieder ab. Aber ihr seid dann halt erstmal aus dem Kampfgeschehen raus. Das heißt, ihr könnt Fähigkeit damit dodgen. Ihr seid dann halt auch unsichtbar und habt halt die Chance, zum Gegenangriff zu starten oder aus einer gefährlichen Situation zu flüchten. Nächste Fähigkeit funktioniert ähnlich wie die Adenwald-Fähigkeit, nur ohne das Blinzeln. Ihr geht in diese Form, bekommt sofort Movement-Geschwindigkeit, die ein paar Sekunden anhält und kriegt ein kleines Schild. Das heißt, ihr seid dann immun gegen Schwächungseffekte. Ich bin auch der Meinung, man ist auch komplett immun gegen Schaden. Zumindest wurde ich auf jeden Fall in dieser Fähigkeit noch nicht getroffen. Ja, aber es entfernt auf jeden Fall alle Slows oder wenn ihr geroutet seid oder ähnliches. Wichtig, in dieser Form könnt ihr dann natürlich auch nicht zurückangreifen, sondern müsst warten, bis die Fähigkeit ausgelaufen ist. Ich glaube, die hält auch so vier, fünf Sekunden. Dann haben wir hier eine Moveability-Fähigkeit, die eher offensiv ist, anstatt defensiv, und zwar Ketten des Jägers. Ihr drückt die Ability einmal und hakt euch quasi an eurem Gegner fest. Das ist eine Range-Fähigkeit. Es entsteht dann ein Kreis in grüner Farbe, der folgendes bedeutet. Solange der Gegner sich in diesem Kreis befindet, könnt ihr euch beim erneuten Drücken zu eurem Gegner ranchargen. Sollte euer Gegner aber aus der Fähigkeit rauslaufen, wird der automatisch zu euch gezogen. Also in beiden Fällen eine sehr, sehr starke Fähigkeit, die es sich auf jeden Fall lohnt, bei dem einen oder anderen Bild, das man dann spielt, zu benutzen. Dann kommen wir zur nächsten Fähigkeit, Blitzbollwerk. Blitzbollwerk ist ähnlich wie die Feengestalt. So ein kleines Schild Bewegungsgeschwindigkeit, die ihr dann bekommt. Ihr seid während der Dauer immun gegen Schaden und macht halt auch einen kleinen AOE-Schaden um euch herum bei Gegnern. Auch hier wieder Abklingzeitreduktion auf acht Sekunden auf der epischen Stufe. Dann gibt es Bebensprung. Und Bebensprung kann sowohl offensiv als auch defensiv benutzt werden. Das ist eine sehr, sehr starke Fähigkeit. Man muss aber ein Gefühl dafür entwickeln, wie diese Fähigkeit funktioniert. Und zwar, sobald ihr diese Fähigkeit drückt, wird auch kurz gecastet diese Fähigkeit, springt ihr schräg vor euch eine weite Distanz nach vorne. Und in einem steileren Winkel schlagt ihr dann wieder unter euch, beziehungsweise vor euch ein. Und macht dort AOE-Schaden und betäubt das Target. Wegstoßen. Diese Fähigkeit gibt euch wieder eine Damage Immunity, beziehungsweise blockt alles Eingehende, was so auf euch gewirkt wird, innerhalb von, ja, gefühlt zwei Sekunden. Sobald diese zwei Sekunden ablaufen, gibt es so einen kreisförmigen Knockback um euch herum, womit ihr Gegner dann halt wegstößt und diese dann auch beim Wegstoßen betäubt. Ziemlich hohe Abklingzeit. Ich weiß nicht, ob die 16 Sekunden auch akkurat sind, aber auch hier, desto höher die Fähigkeit abgegradet wird, desto geringer der Cooldown. Dann haben wir hier eine nette Fähigkeit und zwar Schneewehe. Schneewehe ist, ja, halbwegs eine offensive als auch eine defensive Fähigkeit und man könnte sie fast auch zu den Damage Spades zählen. Denn was diese Fähigkeit macht, ist folgendes. Schneewehe funktioniert ähnlich wie Feuerwirbel. Das heißt, ihr macht einen Schneesturm um euch herum, habt damit eine AOE-Fähigkeit. Diese slowt euch aber und bringt euch nicht Movement Ability, aber sie macht halt Frostschaden und slowt halt auch die Gegner. Und selbst wenn diese Fähigkeit abläuft nach ein paar Sekunden, sind die Gegner halt noch eine Zeit lang weiterhin danach geslowt. Das heißt, diese Fähigkeit lässt sich auch super damit paaren, die Gegner zu slowen und dann vielleicht mit einer Sternenbombe oder einer sengenden Axt dort halt nochmal Damage nachzureichen. Stahlfallen. Und das ist eine sehr, sehr starke Fähigkeit, um viele Angriffe zu dodgen und gute Konter auszuführen. Ihr drückt diese Fähigkeit und ihr werft um euch herum mehrere Stahlfallen. Die sind so alle nahtlos aneinander, nur nicht an einer Stelle, wo man die Möglichkeit hat, noch rauszulaufen. Aber das ist der einzige Weg, dort rauszulaufen. Bei allen anderen tretet ihr auf jeden Fall in eine Stahlfalle und werdet dort gestunnt, beziehungsweise eure Gegner. Wenn ihr seht, jemand steht schon so halb in euch und startet dann sein Feuerwirbel, dann drückt ihr diese Stahlfallen. Und dadurch, dass der auch Auto-Movement hat, ist es halt sehr, sehr schwierig, mit dem Feuerwirbel diese Stahlfallen zu dodgen. Kommen wir zur nächsten Fähigkeit und das ist eine der coolsten Fähigkeiten, finde ich. Denn ihr habt hier einen Stun mit relativ kurzer Abklingzeit, 8 Sekunden auf dem epischen Niveau. Die Fähigkeit, auch wie hier angegeben, ist nicht sofort, sondern ihr habt eine kleine Cast-Zeit. Wenn die Cast-Zeit abläuft, schießt ihr eine kleine Windhose von euch weg, die, wenn sie einen Gegner trifft, ihnen ein bisschen Schaden zufügt und ihn betäubt. Diese Fähigkeit hat aber eine kleine Schwäche, um ehrlich zu sein, zwei. Das heißt, das erste Ding ist, ihr müsst aimen, ihr müsst den Gegner damit treffen. Und das zweite ist, sollte sich irgendwas Mob oder ähnliches zwischen euch und dem Gegner befinden, dann wird das erste Target, was diese Windhose trifft, wird auch gestunnt. Das war es zu den ersten vier Spades, die man in diesem Spiel kriegen kann. Die zwei Offensiven und die zwei Defensiven. Wir haben aber noch einen fünften Slot und der fünfte Slot sind immer Items, die man aufsammeln kann und die man einmal benutzt. Dann verschwinden diese auch. Ihr startet jedes Game hier mit dieser Barrel Roll. Die habt ihr immer am Anfang schon bei euch. Ihr drückt dieses Item und dann transformiert ihr euch zu so einem Fass und rollt den vorwärts mit erhöhter Geschwindigkeit. Habt auch so automatisches Movement. Das heißt, ihr könnt nicht stehen bleiben oder ähnliches. Ihr rollt einfach geradeaus oder in die Richtung, in die ihr lenkt. Und sobald ihr irgendwie was hittet, irgendwie eine Wand oder ein Gegner, explodiert dieses Fass und bricht dann. Und damit ist die Fähigkeit dann vorbei. Solltet ihr nichts treffen, dann geht diese Fähigkeit auch drei, vier, fünf Sekunden, in denen ihr dann halt schnell nach vorne rollen könnt. Dann gibt es die Fähigkeit Bottled Time. Das bedeutet, ihr kriegt diese Fähigkeit, schmeißt diese auf den Boden und erzeugt dann halt so eine kleine Zone, wo alle Piraten, das heißt auch Gegner, und ihr auch selbst eine schnellere Abklingzeit auf eure Fähigkeiten bekommt. Das heißt, solange ihr in diesem Bereich drinsteht, klingen eure Fähigkeiten deutlich schneller ab. Diese Fähigkeiten können halt für, aber auch gegen euch arbeiten. Und somit kommen wir halt auch zu dem nächsten, was uns fast den Sieg gekostet hat in einem von unseren Duo-Matches. Und zwar gibt es Chicken Coop. Das heißt, dann schmeißt ihr so eine Kiste, ja so 15 Meter vor euch, beziehungsweise in eure Blickrichtung. Und dort spawnen sechs, sieben, acht kleine Hühnchen, die dann halt den nächsten Gegner verfolgen und auch Damage machen. Diese Raging Chickens oder Angry Chickens priorisieren, ja, die nächstgelegenen Gegner. Wenn ihr diese Kiste beispielsweise werft und damit nicht in der Nähe eines Gegners seid, kann es sein, dass die Hühner euch verfolgen und euch aufs Maul hauen. Jetzt könnte man natürlich denken, ja okay, nice, den kann ich vielleicht noch ein bisschen XP sammeln, aber die geben auch keinen XP, wenn man sie tötet. Dann gibt es hier diesen Gnomish Gravity Launcher. Dieser Launcher macht vor euch so ein kleines Pad. Wenn ihr da rüber lauft und dann springt, werdet ihr richtig weit nach vorne geschossen. Habt auch die Möglichkeit, sobald ihr dann halt landet auf einem Gegner, zum Beispiel, da macht ihr halt auch Schaden. Dann gibt es Goblin Glue Rockets. Das heißt, ihr macht so in einer straighten Linie vor euch, schießt ihr so Raketen, die, wenn sie einschlagen, eine Linie aus Sticky Glue, hier beschrieben, hinterlassen. Sollten Gegner da drinstehen, werden die halt extrem runtergeslowt und die müssen dort halt erstmal rauslaufen. Dann gibt es noch Keklex Cannonade. Eine kleine Kanone, funktioniert irgendwie wie die Clusterbombe bei Call of Duty. Die drückt diese Fähigkeit und dann spawnen in relativ großen, kreisrunden Bereichen, aber auch in einer noch größeren Range um euch herum. Nach und nach so rote Flächen, was die Bombeneinschläge markiert, die dann nach einer Zeit explodieren, aber um euch herum. Und relativ viele über einen etwas längeren Zeitraum. Wichtig bei dieser Fähigkeit ist, nicht vergessen, selber nicht drin zu stehen, weil ihr kriegt dann davon halt auch selbst gut Schaden. Das heißt, rauslaufen. Dann kommen wir zu einem Movability Item, beziehungsweise auch Damage Item. Das heißt, Mechano Hawk. Ein Motorrad, wo ihr dann aufsitzen könnt. Und ihr habt sogar die Möglichkeit, einen Beifahrer mitzunehmen. Ist ganz nice im Duo. Damit könnt ihr dann rumfahren, seid schnell unterwegs. Habt nochmal zusätzlich, dadurch, dass ihr schon schnell genug seid, die Möglichkeit, nochmal einen Speed-Button zu drücken, wo ihr noch schneller seid. Plus, das ganze Motorrad hat halt auch noch einen Selbstzerstörungs-Button. Sobald ihr upmountet, das Motorrad fährt weiter in die bisherige Richtung und explodiert dann quasi beim nächsten Ziel, was in der Nähe ist. Dann gibt es noch das Item Parrot Snacks. Ihr benutzt den Papageien und der kreist so um euch rum und unterstützt euch, sobald Gegner in der Nähe sind. Das heißt, er fliegt dann auf die zu und hinterlässt dann halt so Pfützen auf dem Boden, die die Gegner dann slown. Macht aber keinen Schaden. Dann gibt es Rigged Chest. Die ist ganz witzig. Und zwar benutzt ihr dieses Item, hinterlasst ihr quasi eine Kiste, die so aussieht wie andere Kisten in diesem Spiel. Wenn ihr dort aber hingeht und versucht, die zu looten, beziehungsweise wenn eure Gegner versuchen, die zu looten, fängt ein Timer an zu laufen und die Kiste hat eine runde AOE-Fläche um sich herum und explodiert dann nach einer Zeit, die ganz guten Schaden eigentlich macht. Dann gibt es noch Smokebomb. Wenn ihr Smokebomb schmeißt, dann werdet ihr unsichtbar, solange ihr in der Smokebomb steht. Und auch eure Abilities. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, dann halt auch zum offensiven Gegenschlag auszuholen. Smokebomb hält aber vielleicht maximal zwei Sekunden gefühlt. Geht nicht sehr, sehr lange. Dann gibt es Stormproof Sloop. Das ist so ein kleines Ruderboot, was ihn euch dann auf den Kopf setzt und dafür sorgt, dass, sobald ihr das erste Mal gehittet werdet von einem Gegner, wird dieser Angriff geblockt und das Ruderboot zerbricht quasi, erhöht aber ein wenig auch eure Moveability. Dann haben wir noch Strange Snowman. Habe ich auch schon ein paar Mal gehabt in einer Runde. Sobald ihr diesen aktiviert, macht ihr um euch herum eine riesige Eisfläche, die es unmöglich macht zu navigieren. Das heißt, sobald ihr auf diese Fläche raufläuft, lauft ihr weiter in die Richtung, in die ihr gestartet seid und habt keine Möglichkeit, irgendwie nach links oder nach rechts auszuweichen. Dann haben wir noch The Ambush. Und ja, ziemlich witzige Fähigkeit. Ich werde auf jeden Fall in Zukunft mal darauf achten, das Item zu finden und dann vielleicht mal richtig zu benutzen. Und zwar macht dieses lustige Item euch zu einem Busch. Während ihr als Busch getarnt seid, könnt ihr euch auch bewegen. Dann fällt das natürlich auf, aber ihr seid relativ unscheinbar. Ihr habt aber die Möglichkeit, sobald ein Gegner in der Nähe ist, mit euren Standardangriffen zuzuschlagen und den Gegner halt damit zu stunnen. Danach bricht natürlich die Fähigkeit, aber ist ganz witzig auf jeden Fall. Dann ist hier auf WoW-Head noch Pickups beschrieben. Das heißt, ähnlich wie in Fortnite soll es so Venomatic-Machines geben, also so Automaten, wo ihr euch solche Items ziehen könnt. Ich habe sie persönlich in dem Game-Modus noch nicht gesehen. Also könnte vielleicht sein, dass entweder habe ich in meinen 30, 40 Runden, die ich jetzt gespielt habe, die einfach nicht gesehen oder gefunden. Oder die sind halt noch nicht in den Game-Modus implementiert. Ihr habt die Möglichkeit, Coins zu sammeln und dort dann in diesen Games diese Maschinen zu benutzen, um euch Bandages, Mad-Kids, Shield-Potion oder ähnliche Sachen dort zu kaufen. Genau, aber das kann ich dazu jetzt nicht sagen, weil ich glaube, diese Sachen sind noch nicht implementiert. Und wenn ja, würde mich das stark wundern, dass ich bis jetzt noch keine gefunden habe. Aber vielleicht ist das eine Sache, die zukünftig kommt. Sollte das soweit sein oder sollte ich die zufällig finden, dann werde ich natürlich nochmal ein separates Video dazu machen. Das war der erste Teil des Videos, wo wir uns um die grundsätzlichen Mechaniken, um alle Fähigkeiten und Items, Utilities und so weiter kümmern. Und jetzt kommen wir zur Tierliste, wo wir einfach mal gucken, welche sind die stärksten Fähigkeiten und welche sind die schlechtesten. Und ich würde sonst erstmal die offensiven Fähigkeiten ranken. Und da fangen wir gleich mit der einzig wahren und die einzige S-Tier-Fähigkeit, die es gibt, an. Und zwar ist das der Feuersturm, der halt euch Moveability, Speed und Extremen, also wirklich mit Abstand den meisten AOE-Schaden oder Damage allgemein gibt. Und der ist unschlagbar. Das ist halt auch gerade auf epischer Form mit reduzierter Abklingzeit S-Tier. Also da gibt es nichts drüber oder vergleichbar. Dann würde ich weitergehen mit A-Tier. Und auf A-Tier kommt auf jeden Fall die Arcanosphäre. Die macht nämlich sehr, sehr decent Damage, hat eine geringe Cooldown-Zeit und kann halt auch in der Größe variieren. Und ihr habt Möglichkeiten, damit Gegner zu treffen. Und gepaart auch mit Feuersturm würde ich schon sagen, dass die beiden Fähigkeiten in der Kombo, ich glaube, die besten offensiven Fähigkeiten sind, die man so kriegen kann. Dann gehen wir weiter mit dem Schild, den ihr schmeißt und beim erneuten Aktivieren halt auch eine AOE-Fähigkeit macht. Die würde ich schon fast auf dieselbe Stufe packen, weil ja, es macht nicht ganz so viel Schaden, aber ihr habt gute Möglichkeit, den Gegner zu treffen. Auch denn mit der AOE-Fähigkeit. Also würde ich schon fast auf eine Stufe packen, wenn nicht sogar vielleicht die Axt davor noch. Denn die Tierliste richtet sich nach mehreren Faktoren. Einerseits, ihr müsst den Gegner treffen, andererseits müssen die Fähigkeiten sehr, sehr viel Schaden machen. Das heißt, die Axt ist zwar Nahkampf, macht aber extrem viel Schaden. Das heißt, ich glaube, ich würde das so auf der Stufe belanzen. Ich glaube, damit fahren wir ganz gut. Dann haben wir noch den Erdrutsch oder das Erdbeben, was so eine kreisrunde Fähigkeit um euch rum macht und ihr die Gegner dann unterbrecht und Stunt. Würde ich auf B-Tier packen, weil ihr seid natürlich geslowed, während ihr das kanalisiert. Habt natürlich extremen Impact, also die Fähigkeit macht guten Schaden und Stunt halt auch die Gegner. Aber die Gegner haben ein leichtes Spiel, da rauszulaufen. Also die Ability alleine reicht halt nicht, um guten Damage zu machen, sondern ihr müsst halt echt irgendwie den Gegner slown, routen, irgendwas. Gleiches trifft auch auf die Sternbombe zu. Die macht sehr guten und großen Schaden. Ihr platziert die aber vor euch und die Gegner können halt rauslaufen. Hat einen etwas größeren Radius oder Durchmesser als der Erdbrecher, aber schwierig, die Gegner damit zu treffen. Den würde ich, glaube ich, sogar noch vor Erdbrecher packen. Macht nicht viel Schaden, aber ihr trefft damit garantiert den Gegner. Hat einen relativ kurzen Cooldown. Wir gucken mal, wenn wir alle Abilities drin haben, vielleicht swappen wir dann nochmal um. Dann haben wir die drei Fähigkeiten auch linear vor euch. Finde ich besser als Erdbrecher, weil ihr ja eine hohe Range damit habt, aber es ist halt ein schmaler Garten. Ihr müsst damit treffen, ihr müsst einfach damit treffen. Deswegen auch B-Tier hier von mir an dieser Stelle. Dann haben wir noch Schneidende Winde. Schneidende Winde macht folgendes. Wo packen wir die hin? Boah, ich würde die schon fast C-Tier packen. Also es gibt noch eine Fähigkeit, die ich noch schlechter finde als diese. Also ich glaube, Erd-Tier müssen wir gar nicht machen. Diese Fähigkeit macht sehr, sehr wenig Schaden. Ihr müsst damit halt auch zielen und den Gegner halt auch treffen. Er hat zwar eine hohe Reichweite, aber alle anderen Abilities haben so viel mehr Impact. Und auf dieselbe Stufe würde ich halt auch schon die giftige Schollenschelle packen. Vielleicht könnte man das auch so nochmal umbauen. Also wenn jemand einen einzelnen Spot verdient hat, dann sind es die beiden. Also die würde ich ungefähr als gleichwertig empfinden. Und dann dicht gefolgt von den drei Abilities. Und dann gehen wir so. Ich glaube, damit bin ich ganz zufrieden. So können wir das stehen lassen. Nochmal umgeändert hier zum Schluss. Aber das wäre meine Empfehlung für offensive Fähigkeiten, die zu nutzen. Und ich würde sagen, wir gehen gleich rein in die defensiven Fähigkeiten. Wo fangen wir da an? Dort haben wir Steeltrap als erstes. Würde ich aus dem Bauch heraus, ja, auf A-Tier packen. Den Stun, ja, den würde ich schon vor die Steeltrap packen tatsächlich. Dann haben wir hier die Bombe, die würde ich auf B-Tier. Etwas besseres B-Tier. Was noch besseres, ja, so vielleicht. Der Knockback kommt auf C bei mir. Dann haben wir noch das Schild, was so ein bisschen AOE-Schaden macht. Das finde ich auch nicht so big. Also, Vanish, auf jeden Fall S-Tier-Ability. Genauso wie die Ardenwald-Fähigkeit. Dann haben wir den Brecher hier. Den würde ich vielleicht sogar hier zwischenpacken. So, das wären alle Fähigkeiten. Ja, ich erkläre mal kurz, warum so. Also, S-Tier auf jeden Fall der Vanish und die Ardenwald-Fähigkeit, weil die haben zwar keinen offensiven Nutzen, aber die beiden sind instant und holen euch aus jeder Gefahrensituation raus. Plus geben euch halt entweder eine Immunity oder halt Unsichtbarkeit plus gute Movement-Ability. Ihr vanished, springt nach vorne, seid dann unsichtbar für ein paar Sekunden raus aus der Situation, könnt dann halt nochmal reggen, weil ihr ein bisschen Abstand habt und der Gegner nicht sofort weiß, wo ihr seid. Sehr, sehr stark. Geringer Cooldown tatsächlich. Genauso wie mit der Ardenwald-Fähigkeit. Sofort ein Schild kriegen, Movement-Speed und weglaufen aus der Situation flüchten. Ich glaube, mit den beiden Fähigkeiten werden die meisten Games gewonnen, weil ihr könnt damit einfach große Fähigkeiten, die euch sonst Schaden zufügen würden, dodgen. Und dann würde ich halt in die nächsten gehen bei 8 hier. Also es ist natürlich auch persönliche Präferenz. Ich finde diesen Stun unglaublich gut, weil ihr könnt damit Fähigkeiten unterbrechen. Ihr könnt damit Kills setten. Ihr stunt den Gegner, chargt ran oder was auch immer. Drückt dann halt eure sengende Axt oder Ähnlichkeit oder Feuersturm oder was auch immer und habt garantiert immer einen Treffer und der Gegner kann sich nicht dagegen wehren. So, das war es mit den defensiven Fähigkeiten und ich würde sagen, wir krönen jetzt die besten Kombinations für den Modus Blunderstorm und ich glaube, wir starten einfach mit der S-Tier-Fähigkeit, Feuerwirbel, Arcanosphäre und dann gepaart mit Vanish und Ardenwald-Fähigkeit. Damit habt ihr ein sehr, sehr starkes Utility-Set, um von Gegnern wegzukommen. Und wir machen das jetzt hier nicht nach S oder A-Tier, sondern das ist das, worauf man hinarbeiten sollte und ich mache jetzt hier die zweite Leiste mit Alternativen, weil es ja nicht immer zu 100% safe ist, dass man diese Fähigkeiten bekommt. Hier zum Beispiel Arcanosphäre oder den Feuerwirbel austauschen, vielleicht mit sengender Axt, falls ihr eins davon nicht habt, sehr, sehr stark oder beispielsweise mit Erdbrecher oder mit dieser Fähigkeit hier. So würde ich das priorisieren an dieser Stelle, vielleicht so, so wäre ich absolut d'accord und was die defensiven Fähigkeiten anknüpft, wenn ihr eins von beiden nicht kriegt, dann auf jeden Fall den Stunt, wenn ihr die Möglichkeit habt oder vielleicht die Steertrap zum Rooten oder hier den Frostwirbel oder beispielsweise hier auch die Ketten. Ja, so könnte man das lassen. Also A-Tier sind so die ersten Sachen, die ich dafür auswechseln würde, wenn ich sie finde. Genauso natürlich auch hier den Erdbrecher, wenn ihr eins davon nicht findet. Damit habt ihr sechs gute Damage-Abilities. Geht aber sicher, dass ihr entweder beide oder zumindest eins von denen als offensive Fähigkeit haben wollt und auch eins von beiden von den defensiven Fähigkeiten. Weil, sobald ihr eins davon nicht bekommt, austauschen halt gegen die sich ja auch, denn auch vielleicht in dieser Reihenfolge. Natürlich, wenn ihr keins davon findet, dann geht ihr halt natürlich weiter in diese Geschichte hier rein. So vielleicht. Und dann hier die defensiven Fähigkeiten vielleicht so geordnet. Ja, kann man schon so sagen, auf jeden Fall. Das war's mit dem heutigen Video und mit meinem ultimativen Guide für Plunderstorm. Sollte sich in Zukunft was ändern, dann gibt es natürlich auf meinem Kanal weiterhin Updates zu diesem Modus. Bevor wir das Video hier beenden, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, dann erstmal vielen Dank dafür. Tut mir einen Gefallen. Lasst doch ein Follow oder ein Abo da auf meinem YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke. Weil, das hilft mir natürlich auch, den Kanal langsamer zum Wachsen zu bringen und euch in Zukunft natürlich auch mit nicen Videos zu versorgen. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und ein schönes kommendes Wochenende. Und ja, wir sehen uns live auf Twitch oder im nächsten Video. Haut rein. Peace.